Moin Moin und da sind wir jetzt zurück bei KidOS 2 mit dem DigiGamer. Hallo! So, auf geht's in ein 40 Fraktal für die Weekly Zauberergewölbe Dingssi Bumssi Tralala und Daili und Daili. Ah, das hier. Okay, verstehe. Hier geht das nicht raus, glaube ich. Hier, ja. Schwach. Ich bin noch im Laden. Warte, oder? Ja, 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 ich bin hinter euch. Ja, gut. Ich glaube, wir sind hier schon mal durchgerannt. Ja, ich bin meistens raschen, Mann. Ich gehe durch. Bisschen der komischen Treppe, äh, M, 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 Brücke. Brücken gibt's sehr viele. Ja, genau. Dann fangen wir an. Au. Wir kämpfen hier, ja. Irgendwann wirklich schon mal rechnen können die ganzen Idioten mich hier die ganze Zeit festhalten. Ja, ich bin schon hinterhergelaufen, muss man sagen. Ich weiß, ich bin einfach toll. Da will man... Ja. Lässt man nicht los. Ich kann sagen. Mechalene-Spiel passiert jetzt nicht, muss also auch neu spielen. Endlich mal nicht mein tolles... Weiter ist nach unten. ...tolles Moschus-Geobos aufgetragen. Ich wusste, dass es diesen Effekt hat. Ja, ja. Was hast du gesagt? Weiter nach unten? Ja, mehr so zum Ausgehen, damit man etwas mehr Übersicht hat. Übersicht ist für Leute, die erst Chaos nicht kontrollieren können. Ja. Wirklich dachte, dass du vielleicht, wenn wir weiter zum Ende gehen, dass da nicht so viele nachkommen, aber... Aber ich glaube, jetzt haben wir sie so langsam im Ruf. Ja, und es kam noch jemand rein in die Gruppe. Kommt da gerade an, klar. Sehr schön. Und der... Wer ist der? Der Brute. Der Brute. Der Brute. Oh, Holländer. So, ich glaube, wir können weiterlaufen, oder? Hier. Die Brücke ist offen. Ja, ja. Bis zum Hallo, hallo. Moin. Hehehe. Gut. Mal hier mal. Vorbei oder umhauen? Umhauen. Die müssen wir, glaube ich, auch umhauen. Verdammt. Ja, den Champion müssen wir machen. Den Titel, den Champ als erstes, oder? Ihr müsst ja nicht mit mir reden. Alles muss hier tot. Ja, aber... Champion als erstes. Ich würde erstmal kleinen Schiss, glaube ich, machen. Mal hol' mich grad auf. Aufhau. Ich hoffe, der ist schneller down. Ausdünn den ganzen Quark hier. Hm. 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 Wäre so noch gut, wenn... Bei diesem Gewölbe-Ding, äh, trotz Leiste ein Daily ist. Das ist auch mal zum Beispiel einfach. Oh. Was? Liegst du? Ne, ne. Alles gut. Ich bin so umgerannt. Diese Angemon. Das ist ein bisschen weg. Wie ist das? Ich gehe zu schießen bei uns? euch überlegt. Na, was für ein Glückwunsch? Ich bin so gut. Das ist ein Glückwunsch. Ja, das ist einfach ein Weg. Das ist ein Glückwunsch. Wie ist das? Das ist ein Glückwunsch. Eine Überlegung. Es ist schön weg. Es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. und dann machen wir vor sich sauber ok und wir sind da woanders ok schmalli wo die rennen vor na dann kümmert euch an die Brute Okay. So, jetzt das Schubserschwernis, da ist der Unrechtel, äh, Trittale, ich weiß nicht. Ach, da hinten, wo die beiden Bosse zusammenkommen. Mhm. Das war das. Mhm. Ich dachte gerade, das ist das Ding, wo man dann auch immer wieder verkleidet durchrennen muss, ein Tor geöffnet zu kriegen, aber das ist zum Glück nicht. Die Bosse gehen ja eigentlich, sagte er und... Ja. Ja. Ja, ja. Keiner springt ins Feld hier. Ja. 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 Das ist ja mal ewig. Ja. Ja, da laufen wir dann nach Amlitas rüber und dann benutzen wir dort die Wegmarke im zentralen Dings oben zuerst. Da gehen wir zuerst hin dann in der Mitte der Karte und von da aus suchen wir uns das Rest Event raus. Das ist sozusagen die praktische Methode ohne Komplikationen. So, Omnithas ist der Ladebildschirm. Hier, falls er die Wegmangel schwer findet. Also wir laufen rückwärts erstmal raus, ja? Aus der Karte wieder? Moment, Omnithas ist doch noch vorne. Einfach die Wegmarke, die von Meta, Amnithas und vom Turm. Das geht doch, das sind ein paar Meter nur. Und dann, wenn du auf der Karte seid, die Wegmarke. Wegmarke. Also das Tor ist richtig. Ich hab das jetzt direkt gemacht. Genau, gleich durch. Du hast immer mit. Also ich bin Sascha hinterher gegangen und von der Wegmarke, wo wir beim Turm, Amnithas, genau, ist es rückwärts rausgelaufen aus der Karte. Hä? Ja, du standst ja mit dem Rücken da. Ja, ja, alles gut. Und hab den Turm vor mir und geh rückwärts wieder raus. Also das ist auch total logisch. Aber alles gut. Wir kommen ja zueinander. Ich muss nur noch die Wegmarke dann finden. Da hätte man eigentlich auch ganz den Porteln können oder nicht? Ja, ich hab die ja... Ja, aber es ist ja teuer. Ja, diese zehn Kopfer. Die ersten Turm und dann... Ich hab hellblaue Punkte. Ihr dürfte mal nicht genau in der Wegmarke stehen bleiben. Dann sieht man die auch ein bisschen. Aber du hattest die, glaube ich, gepostet, oder? Nö. Oder? Doch, ja. Okay, doch. So, und dann schauen wir uns nach einer Dingsum und zwar nach einer frischen... Nordwestlich ist... Ja, die können wir mal im Papier. Die ist da unten, sozusagen, direkt. Da kann man relativ... Lüger wäre... Achso. Aber leider sind ja die Krypte fast besiegt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal eine machen, weil ihr braucht ja auch zehn Gegner oder habt ihr die schon? Also ich hab schon. Ja gut, das stimmt. Das war ja... Im Fraktal habt ihr ja Gegner. So, und dann auch hier... Hier könnt ihr ja auch... Aber hier ist doch der, muss doch nur das Event. Bist du da, Oli? Nee, ich war so verwirrt von den Aussagen gerade. Ich weiß nicht, was ihr macht. Da hin, wo wir sind. Gut. Aber er steht immer noch da oben. Ja. Ja, warum bewegt ihr euch nicht? Warum bewegt ihr euch nicht? Ja, jetzt... Ja, ich hätte das falsche Reit hier zum Beispiel. Ja, aber ein bisschen bewegen. Ja, ich hätte das falsche Reit hier immer noch. Keine Chance, keine Chance. Dann machen wir... Alles nächste. Aber... Das ist doch... Der ist... Doch, ja. Da ist doch ein Dach. Sascha ist da, Ilana ist da, Oli ist da. Na, sehr schön. Versiegelt den Riss, dann müsste es ja... Jetzt geklappt haben. Habt ihr alles? Ja, das hat gereitigt. So, und jetzt... Was war noch an Daily übrig, warte mal. In ein Daily Beusen. Oh, bisikundert Kryptos oder Banditen? Warte. Na, machen wir das. Oder fang fünf Fische. Hab ich auch noch. Ja, warte mal. Ja, die fünf Fischer, aber wir haben ja mal andere Sascha. Ausrüstung zum Beispiel. Zehn Stücke nicht identifizierte Ausrüstung identifizieren. Das dürfte einfach sein. Ja, das hab ich 70 gemacht. Zehn Events und 50 Gegner mit Veteranenrang. Aber ich krieg nicht mehr voll. Dann hab ich eins von sechs. Die 50? Ach so, das ist die wöchentliche. Das ist einfach. Ja, mit den Kappers, Peter, ich weiß. Langsam kann ich diese Kappers aber nicht mehr sehen. Oder aber auch in den Fraktalen. Da hat doch irgendjemand hier so ein Video gemacht. Ah. Ja, das sind aber ein bisschen Umstände. Die Kappers sind wirklich für mich immer einfach. Also ich hab das so. Angross Mission. Ja, schließt das Meta-Event die Verteidigung von Ambitas. Na, oder? Wöchentliche. Suchst du bei Wöchentliche jetzt? Ja, ja. Schließt das Meta-Event die Verteidigung von Ambitas. Events in Ambitas oder Events in Zipfergipfel. Aumrätsel. Ist auch dabei. Ja, ja. Ich hab da jetzt leider keinen Charakter. Aber Event... Wartet, um mal ganz kurz ein bisschen Schritte. Events in Ambitas, das stehen wir doch nicht gerade, oder? Ja, ja. Wir könnten hier ganz fangen. Na denn. Wo ist denn ein Event? Oder Eventis begibt, begibt, äh, geltet... Er ist beispielsweise hier oben. Äh... Da sehe ich doch ein Event. Auf der rechten Seite. Da sind wir ein Hopp-Hopp. Ähm... Rechts von der Wegmarke. Wir könnten hier einen Tipp an. Klar. Klar. Wenn wir mal einen Abflug, was hat die Nordrhein-Steven aufwaltende Aufgabe... südlich von uns wären mentor event du musst das meter event nein oder oder event oder und dieses meter dauer was weiß ich wie lange bis dort und hier hier sind wir doch um ecke dritten im häuschen weiß nicht wo er hin läuft ihr könnt drin bleiben drin bleiben in die großahle jetzt diese magia das müsste doch jetzt schon das zweite oder dritte und ich hatte zum beispiel die wöchentliche war bei mir mache den großen dschungelwurm oder 10 event in kaledon wald und 10 events in kaledon wald bist du denn eine halbe stunde oder eine dreiviertelstunde oder ein halbes jahr auf den riesenwurm da wartest das ist doch in so einer low level map total easy zumal ich als ich online war habe ich gesehen ich hatte den wohnen gerade um keine ahnung zehn minuten verpasst oder so ich glaube du wartest dann mal zwei stunden nach dahin ist der kryptus hier ist wieder alles was mussten wir eigentlich tun alle umhauen nur nein nicht alle umhauen sondern die die besessen sind und dann kommt ein kryptus den umhauen muss nachdem du den special action irgendwie eine weile angesetzt hast und bis die breakball weg ist grüß aber quasi angezeichnet dieses dumme licht ich dachte diese lauter kopfgelder ja aber wenn die besessen ist das kopfgeld symbol dran ich könnte mit dir schwerter umhauen ahja bis der easy Wo ist der Treffer für mich? Ach, da ist er! Ich glaube, wir bauen jetzt noch einen oder so. Ach, und da ist er. Was sind wir entstanden? Wollen wir jetzt diese nicht mitreilen? Ich ergänze dich ziemlich ruhig. Ja, doch was für Sasha, dieses nicht mitreilen zu holen. Da noch jemand. Zwei sind hier noch. Zack. Der nicht. Der. So, da. Ah, nicht mit grünes Holz. Bei mir geht's. Irgendwas haben wir geschafft. Nein. Nein. An der Stelle sagen wir jetzt aber mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss.